Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Seit mehr als 14 Stunden also wird da verhandelt. Ist eine Einigung denn jetzt in Sicht? Das haben wir gedacht vor einer Stunde. Das ist inzwischen die längste Nachtsitzung seit Ausbruch der Finanzkrise hier in Brüssel. Vor gut einer Stunde lag ein Text vor. In den Verhandlungen vorher, so hat es geheißen, habe auch Alexis Tsipras mehrere Punkte akzeptiert. Aber jetzt in der Schlussrunde der Verhandlungen habe er plötzlich erklärt, er könne aus grundsätzlichen Erwägungen einer Einigung nicht zustimmen. Das scheint nicht nur eine Debatte über einzelne Punkte zu sein. Aber er hat wohl als Argumente angeführt, erstens, dass der internationale Währungsfonds weiterhin beteiligt sei. Zweitens geht es in der Tat um diesen Privatisierungsfonds und wohl auch noch um einige mehr. Ein wichtiger Punkt ist, von Griechenland wird verlangt, dass es die Maßnahmen, die unter der neuen Regierung in den ersten fünf Monaten rückgängig gemacht hat, aus früheren Reformen, dass es dafür jetzt Ersatz schaffen muss. Also das passt ihm auch nicht. Es geht jetzt nochmal in ein neues Endspiel bei diesen Verhandlungen. Und plötzlich, nachdem es lange nach einer Einigung aussah, scheint wieder alles offen zu sein. Das sieht so aus, als ob das auf einen regelrechten Nervenkrieg hinauslaufen würde. Wenn man sich denn heute einigt, ist dann zumindest ein Ausstieg, ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro vom Tisch, der sogenannte Brexit? Ja, aber genau so, wie Sie es gesagt haben. Wenn man sich einigt. Wenn man sich einigt, dann muss Griechenland eine ganze Menge Maßnahmen erfüllen. Und dann wird es Verhandlungen über ein drittes Hilfsprogramm geben. Dann kann es eine Brückenfinanzierung geben. Die Griechenland hilft, seine Verpflichtung in den nächsten Tagen zu erfüllen. Am nächsten Montag müssen schon dreieinhalb Milliarden an die Europäische Zentralbank gezahlt werden. Heute Geld an den internationalen Währungsfonds. Das wäre dann möglich. Wenn nicht, ist das nicht möglich. Und dann wird Griechenland gar nicht umhinkommen, als Pleite zu gehen. Und dann eine Ersatzwährung, eine Parallelwährung, Schuldscheine, was auch immer, auszugeben. Damit man wenigstens die eigenen Beamten bezahlen kann und die Renten. Und damit die Leute in Griechenland dann auch etwas dafür kaufen können. Manchmal ist ja am Rande so eines Gipfeltreffens zumindest so eine Stimmung zu spüren, eine Tendenz erkennbar. Was ist da heute der Fall? Läuft das auf eine Einigung hinaus oder ist eher Pessimismus in den Gängen dort zu spüren in Brüssel? Die Gänge sehen wir Journalisten nicht vor den Verhandlungssälen. Wir sind ja doch ein paar Etagen tiefer. Hier hat man lange Zeit gedacht, dass es auf eine Einigung hingeht. Und weil eben die Nachrichten aus dem Verhandlungssaal doch zeigten, dass da konstruktiv auch sehr an Details gearbeitet wurde. Und das tut man nicht, wenn man nicht eine Einigung anstrebt. Inzwischen, auch angesichts der Dauer, macht sich so etwas wie Fideler Fatalismus breit. Man wartet es jetzt einfach ab. Also man merkt, dass das sehr ernst ist, was hier passiert. Und dass das Folgen haben wird für Europa, egal wie es ausgeht. Vielen Dank. Nach Brüssel, Rolf-Dieter Krause.